und die Gäste es kommt zu einem der A die Gäste aus uns ist es auch die Vorfahrt in die Erste von heute Abend kommen mit Teilen natürlich und er kommt auch nicht aber auch noch die alte Welt und die auch verpackt und so es liegt ein bisschen schießt hätten und abgabend ist so geiler ja die Sicherheit Ragnarok Ja wie sagen Kein groß ungenauber, lass kein Leid, Abo da, Glock aktivieren Und ja fang nicht an würde ich sagen Steps sind eigentlich so wie beim letzten Mal, ich glaub äh XP hab ich bisschen mit ne, äh hab ich nicht fast auf so alles gleich gelassen Egal fangen wir an Äh, ihr allein das Game nicht mehr gespielt wirklich, ne? Das wird mal reinkommen So Ne, direkt dran auf die Licht Ja Ja Direkt das, das Straffilament erstmal Äh Schnafsack Kiste Und Hose Oh, die Steuerung kommt jetzt vergessen im Spiel Okay So Also Da wird mal vielleicht so einen Server mit Teilern gespielt Aber wir wissen nicht so wirklich welchen Wir wollen noch später meinen eigenen Server machen, aber So Und Sound ist etwas laut, ich stimme mal etwas leiser Und zwar Ja Und zwar Aber wir wollen dann natürlich ein Geld anstecken, das ist ja auch Später haben wir uns gedacht Also Später in meinen eigenen Server machen, dann könnte ich dann auch drauf gehen Und dann Muss man auch wie weit ist dann so, ich weiß ja nicht alles, wie man das dann machen Und wahrscheinlich etwas kleinere Server wäre vielleicht so, wenn man sich jetzt mal drauf passen Ich bin ja noch die erste Erste Woche erstmal alleine auf dem Server spielen Das ist der Zeit, wenn ich das mal aufbauen Das sind die richtige give-ene fünfte Fröhnens Was, illness, commensum, so nicht drauf, ne Und immer die Zerstörung Aber ja Das sind eine kurze Grundausstücke Und Also drei Tage müssen wir euch auch ausreichen, wenn wir dann selber noch gucken aber dass sie das mal offen bevor es zwei kommt denn auch erst mal eine vorne ende des jahres verteilt das verteilt auch stream also verteilen wie das wir machen an der vorstelle verteilt im team hat er selber gesagt ja könnte euch schon drauf freuen wird glaube ich ganz geil bei forrest 1 gefühlt mich nicht gut und sowas weise richtig geile neue features haben ich weiß nicht genau was dabei sein soll aber ja ich es mir war schon ein paar mann wie es wenn man sich aus und zu 20 Minuten gehen es ist erstens 25 ich würde sagen wir es mal ein paar Fundamente das 8 vielleicht nachher heute noch vielleicht ein Lost Ark Video, weiß ich noch nicht äh ja, wo kommt kommt jetzt glaube ich heute in eine neue Klasse raus oder kam eine neue Klasse raus wie ich wollte schon mal ausprobieren über Teiler und, ja ähm ich werde das Spiel mal Extinction so machen auch muss ich mir noch extra holen auf dem PC und bei Playstation hätte ich das ja damals auch gezeigt, das ist natürlich nicht, muss ich mir da noch holen dann könnte man schreiben, muss ich mir in die Bücher sehen weil Extinction oder so ist ein Spot 3, also müsst ihr mal reinschreiben so, ich mach nicht erst mal hier ein bisschen rüchter Wasser und Schlauch ich würde sagen, die man spielt, ich weiß gar nicht mehr so wirklich äh wo bauen wir das hin hier so ein bisschen hier so ein bisschen oh äh Ich versuche in dem in der und im 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 die die kanzin sieht ich immer besser aus und brauchst du stein doch stellen schattig bestand ist und meistens auch besser hier wird es wieder etwas klar und ich hab's auf 3 auf 2,5 oder so ist noch nicht hoch das ist auch glaub ich ganz geil da kann man auch schneller stolz spielen und so dass man das spieler auch zu machen und so weiter egal wir fangen das mal anbauen das mal so ein paar Kisten würde ich sagen Kisten dann muss man ganz gut ja drei Kisten mach ich drei Kisten das ist gut das gibt's jetzt zieh ich die mal hinten hin einfach das ist nicht mal einfach zum Tag hier aus so bauen wir die hin ganz in die Ecke oh clean die so ist auch gut so ist gut ja was gab es noch nicht so ein Konzept mit dem aber es hat aber einfach mehr und viel auf der Zeit haben wir schon weiter Städte gebaut und deswegen ja das machen wir jetzt ohne Bola dann noch mal die Slampe Knüppel dann können wir uns ja vielleicht ein paar holen, dann brauchen wir ein paar also ich hab mir vielleicht ein paar holen wegen vielleicht ein paar Berries Farm das ist mir glaub ich ein paar ganz nice ja im Teil gibt es hier ganz sehr viel es stimmt ich würd noch gern mal in die Chess gleich mal unten gehen dann würd ich noch ein paar das darf ein bisschen Stuff machen genau Feuerstein brauche ich Feuerstein, Feuerstein und Stroh also die Pickaxe müssen wir noch in den Tatsi dann mach ich jetzt schon auf die 2 weil Schwerth und so das Spiel auf die 1 kommt bei mir Achsen dann auf 3 zum Beispiel Minecraft wird auch bald mal kommen auch muss ich erstmal tun ja ja Eingriff wahrscheinlich wird das nächstes Combat ich kann es ebenfalls im Server machen und lass mich mal Ruhe also ich fühle es ganz fest normalerweise würde ich schon aber klatschen aber jetzt, ich habe ja noch nichts da kann das schon mal ins Auge gehen hier Level ab hier Level ab mach ich mal auf AP was mach ich denn jetzt wo ich Level bin ich achso ich kann jetzt einen Knüppel machen und Pfeile so so da muss ein bisschen Stroh noch oh machen wir uns ja mal eine Fargel Arzt da machen wir ja da machen wir ja da machen wir eine Kiste Kiste passt doch eigentlich jetzt gleich einen Knüppel theoretisch mal machen Fasern, Fasern, stimmt, Fasern brauchen wir auch, ich fahr mit, machen wir es mal hier so, oh, 3 stück, so, das ist 20 Pfeile erstmal, ich schiebe mir auch hier hin, das sehe ich an, boh, durch auf die 5, ja, ein Schild, mach ich mir noch an, das wird mir was mit den Sachen hier vorne lernen, zum Beispiel hier, erstmal die erste Rüstung erstmal, ich habe wieder null Fasern, also hier mal die Mütze, da was brauche ich an Leder für, immer 2 Knüppel, für ein paar Ebola, brauche ich auch, glaube ich, Leder, naja, brauche ich Leder für, und, hier war uns was Leder, von dem reichen Delo, vielleicht nochmal ein paar Pfeile nochmal, das war uns mal irgendwas jetzt, okay, aber was kleines, war das, glaube ich, vor dem ein paar Pfeile laufen, das ist Treaty 1, wo das ErnährungsBE confort, will 1? Jahre, ich rufe ich wieder, extra rücken, shows Sí, persuad morning, Ah ja, 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 ich rufe ich wieder ums mit, hoš gonna für ein paar Erbäte 1. und ja jetzt mal heißen und der leute er läuft hey oh 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 So, oh, jetzt hätte ich noch jemand was sehen. Soll ich jetzt, äh... Oh, die Karte... Ja, jetzt ziehe ich da einfach mal ein paar, dass da so Kardinos an mir durchkommen. Auf dem Server sind die wichtiger, wie hier. So, Knüppel. Ich mach zwei hier hin. Ich mach ne Bola. Eie, es hätte nicht viel, ne? Ja. Nichts anderes für ein Level der ist, ne? Dass ich den auch wegkriege, also bewusstlos. Dann brauch ich mir da unten auch mal ein Knüppel. Okay, Dodo nehm ich mit. Schei... ... Es geht leid. Lass mich ganz gut. Lass mich hier noch mal suisse. Sieht euch einfach mal. Nei, muss ich hier. Also hier... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, wie viel hab ich gegessen? Bitte geh runter. Oh, scheiße. Nee, also nee. Okay, das ist etwas los. Oh, viel hab ich da gegessen. Oh, danke. Okay. 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 griffin dattel dem ah, kann ich schon machen einmal herstellen schütze ich mal auf einmal herstellen einmal muss er nach so ist er Mann oder Frau? so wenn er Mann ist ist er Mann ok das hätte ich in Paris genannt bei Namenswahl ist es nicht wirklich also wir fallen jetzt nicht wirklich für den Namen ein sowas kann ich auch mal mit den Namen reinschreiben so, äh Schießpulver, Leuchtpistole Lederhemd die vielleicht müssen wir es noch einmal machen, genau äh, alles an hab ich, oder? die Handschuhe, hä? hä? Habe ich nicht Handschuhe gemacht? Hier. So, Para, du bist Saddle. Die Narkos nehme ich wieder mit raus. Gehe nicht den Fummer zuerst, das wäre alles gut. Die sind echt so zum Farm gedacht. So. Oh, ich habe es okay. Oh. Das kann der ja. Da sieht man noch das Lagerfeuer. Äh. Da war's. Oh, ich... Ich hab den Kamen jetzt. Hä? 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 Irgendwie ist es verpackt. Egal, da kommt noch Stroh rein, es geht auch. Das restliche Fleisch lasse ich verrotten. Alles runter. So, das rohrt dann schön. So. Ok, der Kompi ist da auch immer noch drin. Ich reiß den Blatt vom Rechmarken und töte den. Parasaurus. Was? Ich lebe ich mal hier auf Obstau. So, alter, du kleine Gebrüche. Du erregst mich hier mal richtig an. Alter, so ein nerviger, ne? Wo ist denn der Licht denn der jetzt? Kann ich erstmal weggehen? Hallo, gehen wir weg. Danke für den Leder, mein netter Kamerad. Was kann ich denn reparieren hier, ey? Hä? Was kann ich denn reparieren hier, ey? Der macht, der Lagerfeuer kaputt. So ein Knecht, der Typ. Achten. Haupttorsattel. Okay, ich kann bitte die da auszumachen. Oh, ja. Oh, ich kann doch nicht mehr reparieren, ja. Ja, die sind so Lagerfeuer. Ja, irgendwo sieht, aber richtig ist die nächste Folge, muss ich sagen. Ich kaufe noch kurz Rüstung, es ist etwas Lagerfeuer. Oh, Mann. Oh, ja. Stroh aber ganz mal rein. 40 Fleisch. Und nochmal 40. Ja, die ist da wirklich mal ein Zeichen. Finden wir mal hier. Was haben wir denn da drauf? Ja, aber riech ich einfach nicht. Da ist ein Histrosaurus, oder? Das waren diese kleinen Moshops. Ja, er kann nicht mehr bleiben. Aber wir gucken ja trotzdem raus. Egal. Die nächste Folge kommt dann mit dem Morgen auf. Ja. Ich würde hier auch direkt noch zu hochladen. Ich glaube mal, die wird zu 16.30 spätestens da sein. Ich weiß es jetzt noch von diesem Punkt aus noch nicht. Aber, also, ich sag mal so, gegen 16 Uhr werden dann die anderen Folgen dann morgen und so weiter auch mal umkommen. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwie den zweiten Tag mal machen, abends was können wir ja auch vielleicht mal mit Tyler. Ja, schauen. Laska, la, kunabuda. Logitech im Nen. Und ja, bis nachher zu The First. Ciao.